Ich glaube, sie fressen den ganzen Tag nichts. Die Magd hat einen großen Stiegel gestohlen. Sieh so weit. Jo, jetzt ist es aus. Ich hab nichts mehr. Habt ihr gefressen? Ich geh halt seit vier. Die Pappe schneit euch noch was runter. Ich weiß auch viel Chaos. Jo, jetzt kriegt ihr auch was. Kinder! Kinder, komm Monti. Was denn? Da wird vielleicht schlafen, weiß ich nicht. Na Magda, das glaube ich nicht, dass du jetzt daheimst. Der Papa bringt euch was. Magda. Wo ist die Lotti? Und die Henrette auch? Die Paula auf zur Mama. Super Schatzis. Super Schatzis. Hallo meine Herzl. Hallo meine Herzl. Lotti. Lotti. Wo ist die Lotti? Lotti. Du bist ein Stinkerl. Wo ist denn? Lotti. Ich hab noch. Ich hab noch. Aber ich teile nicht. Abmarsch mit euch. Stinkerwurzeln. Du bist ein Stinkerl.